Wir spielen jetzt Calling the Shots. Okay. Halt. Ich call dir jetzt einen Truck. Achtung. Der Sprung ist echt massiv. Du Scheiße. Oha. Hast du den gerade gecallt? Okay, dann bist du jetzt dran mit Callen. Einen chilligen 3er. Ohohoho, der Baum. Ein Tailwood. Stimmt. Aber du hast nur 3 Versuche oder so. Ey, den hast du nicht gelandet, oder? Der war nicht gelandet, oder? Ja, ja. Clean, ne? Einen Versuch hast du noch. Oh, Junge. Clean. Ich geb dich auch. Ich nehm den ersten. Okay. Tuck no hand. Tuck no hand. Ja. Oh, das ist ja richtig geil. Na gut, wir haben uns jetzt was geht. Oh ja. Ja. Dann konnte ich Philipp einen zui. Joooo. Dann machen wir jetzt den Barber weg. Oh, Alter. Hey, Philipp. Einer. Go. Aua. Wir gehen jetzt ein bisschen woanders hin. Ja. Sehr stisi. Philipp. Mach nen T-Bog. Ja. Noritz fährt jetzt die Line. Aber ich zieh. Ja. Alter, hat der grad nen Bar-Swing gemacht? Ja. 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 Ah ja. Oh, ein Baum. Dann war das Wasser durch den Pauling geschlossen. Ja. 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 Oh, Junge! Oh, du Scheiße! Ja, reicht dann auch. Okay, lass die Sprünge schnell abdecken. Filme ich noch?